Immer nur zu Hause dampfen? Mega langweilig! Schon besser! So, ich habe meine Tickets bekommen. Einmal das normale Ticket, was jeder kriegt und einmal ein Special Ticket, damit ich euch exklusive Eindrücke hier liefern kann. Im Hintergrund hier ist auch schon der Eingang. Alter, hier wird alles so übertrieben aufgezogen. Ich habe da schon den ein oder anderen YouTuber kennengelernt, der auch ziemlich gechillt ist. Ey, da war einer von unten bis oben volltattooiert. Der war so korrekt, Alter. Das ist ein bisschen schwierig. Ich muss erst in diese englische Sprache wieder reinkommen, ey. Und die sprechen alle so undeutlich. Ich kenne nur dieses amerikanische Englisch, aber das juckt euch eh nicht. Ihr wollt ja eh nur die ganzen E-Zigis sehen. Von daher, lasst uns mal reingehen hier. Hier gibt es sau viele Pott-Systeme, aber ich interessiere mich eher für was anderes. Sagen wir es mal so. Guckt euch mal diese fetten Maschinen an. Die werden benötigt, um den Aufdruck zu machen alleine. Ey, der Typ gönnt sich ihm mal easy Nackenmassage. Also wenn ihr eine Massage braucht, könnt ihr auch hier rüber kommen. Das ist gar kein Problem. Findet ihr noch dieses System? Ich schwöre, das kennt ihr doch, oder? Das ist so komisch. Ich bin der einzige hier, der vloggt und die Musik, die wird einfach immer lauter. Aha. Das kriege ich heute, weil ich hier bin, wegen Fame und so. Die wohl meist umstrittenste E-Zigarette überhaupt. Habe ich immer mit. Das scheint eine neue Version zu sein. Ich hoffe mal, ich kann eine abfliegen. Das ist ein neuer. Kann ich probieren? Ja. Oh, vielen Dank. Wow. Voll clean. Der verdammt was geil. Guck mal, auch hier so ein schwarz gehalten und so. Ich weiß, die meisten feiern die Fasch von daher. Ey, das schmeckt wirklich gut. One channel, I have two. Oh, Angel. Angel Tech. Angel Tech. Yeah. And my other channel is Angel. Do you prepare us via the email, right? Yeah. Ich gebe ihr jetzt meine schwarz... Meine? Bitteschön. No, no, that's done before. Und ich bekomme jetzt das hier. Mega geil in schwarz. Guck mal hier, dicke Autos auch am Start mit, mit Kaffeemaschine intern. So, ich durfte hier gerade mal ein bisschen probieren. Die sehen echt ganz, ganz lecker aus. Ich hab hier Pfeffermint Breeze, aber es ist mir ein Ticken zu schwach. Aber ist gut für Leute, die es nicht so hart wollen. Nöööö. CBD Liquid, voll geil Aber kann ich nicht verwenden, weil ich bin allergisch gegen CBD Die sind alle hier, gar kein Problem Leute, der Traum, der ist real Alter, hier gibt es so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin Fisch mal diese Oschis an, die sind so fett, ey Bam Er macht hier einer Profi, Profi Wahre Kameramänner, lassen das Bild verwackeln Ist das hier ein Smog Alien, abklatsch Der will kennen bei Smog, ah lol, das ist sogar von denen Ein Cocktail, Mocktail, mega geil Ich war mir am Überlegen, ob ich mir auch so einen Mini-Drehtisch hole Sieht gar nicht mehr so scheiße aus Guck mal hier Mega geil So, auf der Vape Expo gibt es noch kulinarisches Essen Ey, das ist Lammfuß mit Zwei Sorten Mayo und irgendein Salat In so einem Brot, voll geil Ich merke schon, der Vlog hat null Struktur Aber muss auch mal sein Und übrigens, falls ihr noch mehr hinter den Kulissen von der Vape Expo Oder noch mehr Eindruck haben wollt Auf dem Hauptchannel Angel, wo ich übrigens auch mehr Abonnenten habe Da kommen auch Vape Expo Vlogs Nicht so klassisch wie hier, ein bisschen anders Aber könnt ihr ja mal abchecken, ist da oben verlinkt Könnt ihr ja mal draufklicken und euch für später sichern Wir haben hier LEDs gefunden Oh, das ist gut Das ist ein sehr, sehr guter Juice Es ist cool, weil die Leute in Deutschland lieben LEDs Das ist sehr interessant Ich habe ja gleich noch ein Gespräch mit dem einen oder anderen Manager hier Und es gibt viele LED EZGs hier Das ist geil Weil das war, ich habe auch gerade gelivestreamt Auf Instagram Und viele haben sich gewünscht, dass ich sagen soll Es soll mehr LEDs in die EZGs eingebaut werden Type C, größere Akkus Mal sehen, ob die sich daran halten Ihr durftet eure Wünsche äußern Und ich darf Deutschland vertreten Und werde das mit einbringen Black Granted Lemonade Ist ja wohl einer meiner Favoriten Gib it a try Alter, das ist der Shit Alter, die sieht so fancy aus, ne Eigentlich bin ich ja gar nicht der Freund davon, aber Sehr gut Wieder Liquid abgestaubt hier Verdammt, ich weiß gar nicht Vorhin mit den ganzen Taschen Dort habe ich Liquid Und ich habe eine EZG Ich brauche irgendwie mehr Aha Heisenberg und Pinkmane, meine Damen und Herren Arktische Früchte Soll irgendwie Heisenberg nachkommen Ja Das Das ist irgendwie so ein neues Heisenberg Es ist auch jetzt alles irgendwie auf Nikotinsalz Basis Nicht mehr auf Nikotinshots Nikotinsalz Eins muss man aber hier sagen Die Leute, die machen einfach keinen Platz Wenn du was probieren willst Die bleiben einfach stumpf stehen Ist das so in England? Ich weiß es nicht Bin ich hier der Unhöfliche? Er hat ein bisschen Sieht schon krass aus Oh, ich bin mit LED's Nice Ich bin mit LED's Wow The flavor is crazy Yeah Oh shit You smash Das ist jetzt die komplette Variante Also zum Nicht-Wickeln Das ist jetzt die komplette Variante Also zum Nicht-Wickeln Das sieht sehr schwierig aus Es ist schön Es ist neu Ja, es ist neu Hier ist ein neues Subtitel Das ist sehr gut Guckt euch das mal zum Mitnehmen Voll geil Auch an Koks wurde hier nicht gespart Koksedin, man Ich hab grad hier ein paar neue Liquids probiert Aber fast keiner bietet hier Liquids an Ohne Nikotin Das ist zwar immer noch alles auf Salz Basis jetzt Das neue Aber Ich will kein Liquid mit Nikotin Wir haben iJoy gefunden So, neues Produkt hier grad am Testen So Es sieht schon mal interessant aus The German people love the design of this Oh, German people Oh, watermelon Watermelon Watermelon, it's good Very strong, very good Yeah It feels good Solid In the future bring iJoy Some Mods with Type C on it Type C, yes Type C This is your Not Type C Type C is On the new one On the brand new Ok Ich glaub ich bin im Traum Er macht das auch schüttern So, die Vampire Vape Flavor müssen jetzt hier abgesneakt werden Vanille Ich teste mal Vanille Ich will immer hier unten drauf drücken, aber Alter, die Vanille ist stark Welcher willst du probieren? Äh Sie hat gesagt, sie saugt nicht so gerne Mein Ding Ist sehr eisig Und Ich wollt eigentlich nur die Shots von den Gürts Der legendäre Kopf Ist doch schon einer gewickelt von dem Der Ich meine das war der erste Mesh RDA, der rausgekommen ist Ohne Scheiß Das Teil hab ich mir nie geholt Aber Ich hab mir das immer selbst gemacht Alter Ich dachte schon ich hab die größten Köpfe gefunden Aber guckt euch die so ausschießen wir an Ich hab Siegelei gefunden Alter Könnt ihr euch noch an die guten alten Zeiten Siegelei erinnern? Mega geil Bam Das ist so geil Das sieht so crazy aus Gold Leute ich weiß ich lieb Gold Ich hab schon wieder Nikotin gehört Ich hasse mein Leben Schon wieder die LED Ich glaub das ist der zweite Stand von denen Das sieht schon ganz geil aus Manche übertreiben es auch mit den Ständen Heilige Scheiße Junge Das ist mal ein fetter Stand hier Der beleuchtet in den ganzen Laden Voll geil Da hat mich grad einer angesprochen Auf mein DJI Und wir haben so ein bisschen geschnackt Und der war so impressed davon Ich sag ja das Ding ist der Der shit Alles hier mit LEDs Da kennen die nichts Juggi ihr läuft einer rum wie ein Doktor Voll crazy Ist das schön wenn man das komplette Hotelzimmer hier voll mit LEDs ausstattet Leute das war Tag 1 der Vape Expo Aber es geht noch weiter auf dem Hauptchannel Aber das Video ist noch nicht fertig Ich saß da ein bisschen länger dran Ich hab das hier mit diesem Baby geschnitten Das lief auch ganz gut Nur wir haben es jetzt schon Nacht Schon ein bisschen dunkel draußen Deswegen das Video wird erst in ein paar Tagen kommen Wenn nicht dann morgen für euch Tut mir auch leid Wenn ich auf das ein oder andere Produkt nicht näher eingehen kann Aber ich bin an deutsche Gesetze gebunden Auch wenn ich gerade im Ausland bin Und theoretisch das Video aus dem Ausland hochladen könnte Aber es ist ja nicht erlaubt Dass man explizit Werbung über einzelne Produkte Wie E-Zigaretten und Liquid und so macht Deswegen verpacke ich das Ganze als Vlog Und darf halt nicht genau auf die Sachen eingehen Habt ihr noch Fragen? Ihr könnt jetzt was einschmeißen Das Video werde ich für mich morgen hochladen Ich bin noch zwei Tage hier Was soll verändert werden? Ihr dürft natürlich da euren Senf bei beitragen Ich vertrete hier sozusagen Deutschland Und kann mit gewissen Firmen Chefs und Managern ein bisschen talken Und sagen was wir Deutschen uns wünschen Also los, haut in die Tasten Aber das war es noch nicht Ich möchte mich an dieser Stelle fett bei euch bedanken Das Lungen Test Video kommt wirklich so unnormal bei euch an Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Alter ich habe es total vercheckt Ich bin heute 35.000 Schritte gelaufen Da darf man das auch schon mal Jetzt knackt hier die Decke oder was? Fettes Danke geht jetzt nochmal raus an Phil Der Typ hat nämlich das Ganze organisiert und mir das ermöglicht Brudi, fühl dich gegrüßt, auch wenn du kein Wort von dem verstehst Was ich jetzt gerade sage Haut mal ein paar Vorschläge unten rein Ich werde mir jetzt auch noch Birmingham hier angucken Wenn ihr dazu noch Vlogs sehen wollt, checkt den Hauptkanal ab Ich werde morgen auf jeden Fall in die Innenstadt fahren Was mich 30 Euro kosten wird Weil ich dann mit Taxi hin muss Weil hier einfach um drum nichts ist Es ist wirklich tote Hose um drum Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, checkt auch den Hauptchannel ab Wo auch weitere Vape Vlogs kommen Und es wird wahrscheinlich noch ein zweites Video über die Vape Expo geben Also auch gerne den Channel kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren Wir sehen uns bis zum nächsten Mal Haut rein Wisst ihr was ich mein?